Da vorne haben wir auch den Herrn, der die Bohrmaschine mit dem Superbohrer gebracht hat. Und ja, gleich geht's los. Ja, hast du es? Moment, jetzt. So, jetzt kommt der erste Stein raus nach, weiß ich nicht, 200, 300 Jahren. Gold! Edelsteine! Ein Skelett! Hier ist ein Hohlraum. Ist das ein Abenteuer hier? Leute! Oh! Oh!